Herr Präsident, Sie leben und Sie arbeiten hier in Ihrem Amtssitz, verbarrikadiert hinter Sandsäcken. Gleichzeitig sind Sie jeden Tag präsent über Social Media bei Ihren Landsleuten und die ganze Welt kennt Sie mittlerweile. Sie sind berühmt. Der Name Selensky sagt quasi jedem auf dieser Welt etwas. Was hat das mit Ihnen gemacht? Wie hat das die Situation für Sie persönlich verändert? Der US-Präsident. Joe Biden hat jetzt gerade gesagt, er habe schon viel früher gewarnt vor einem russischen Angriff auf die Ukraine, aber auch Sie hätten es nicht hören wollen. Haben Sie rückblickend etwas, was Sie anders machen würden, wenn Sie zurückschauen? Ich denke, dass die Frage der Ukraine muss, und das Frage zu viele europäische Liderinnen und den USA-Liderinnen und den USA-Lider. Ich glaube, dass ich mich als Lieder der Ukraine als Präsidenten habe, dass wir über die Preventive Sanktien, um nicht zu starten, und über die Präsentation, die wir in unserer Strategie haben, um die Chorne-Morher zu bedienen. Zusammen mit der Ukraine, mit unseren Partnern, weil wir uns gesagt haben, dass Russland blokiert. Ich habe auch gesagt, dass wir über die Racket-Programm haben. Ich habe auch gesagt, dass ich vor einem Jahr vor diesem Jahr und ich habe die Programme, die wir brauchen, um sich zu behaupten, um sich zu behaupten. Und genau das ist, dass ich meine Frage, wenn ich mich nicht hörte, dann hätte ich in der Ukraine viel mehr chance zu stopen den Angriff der Российской Федерации. Alle die Siegnen, über die Sie sagen, waren sie unterschiedlich. Wenn so so, wenn alle sagen, dass sie heute ein Wettbewerb haben, dass sie heute ein Wettbewerb wird, dann die Frage ist, warum nicht die Neue? Und warum wir uns dann nicht die Feuer zu diesem Entfernung haben und warum wir uns nicht die vorherige Sanktien, um zu preventivisch unterbrechen Präsidenten der Vereinigung zu retten. Das ist ungefähr so eine Antwort. Wir haben uns selbst, wir werden uns selbst, dass wir uns ehrlich sind. Niemand hat uns nicht unterstützt von Anfang an. Aber jetzt, ich danke allen Partnern, dass sie uns unterstützt. Warum ist die Beziehung zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und ihm so kompliziert? Ich glaube, es ist ein sehr guter Beziehung zwischen Bundeskanzler und einem sehr guter Beziehung zwischen dem Bundeskanzler. Aber ich glaube, dass dieses Skepsis für uns vor allem, dass es in den Fragen, um die Zukunft der Europäischen Union oder der NATO, dieses Skepsis war auch noch bei Herrn Scholz. Na schade, es gab solle Beziehung und ich glaube, dass diese Beziehung das Beziehung erzeugt. Das ist das, was wir in dieser Frage haben. Vielleicht würde es helfen, wenn der Bundeskanzler tatsächlich nach Kiew kommt. Das will er ja jetzt in Kürze bereits tun. Er sagt immer wieder, er möchte nicht einfach zu einem Fototermin kommen, um sie zu besuchen. Ich nehme an, das sehen Sie ganz ähnlich. Was konkret müsste es denn dann sein bei diesem Besuch? Mehr als nur Fotos? Wir wollen auch diesen Besuch. Er stellt, wir werden uns auf die Feuerwehr unterstützt für die Ukraine von der Niemann. Ich denke, dass er diesen Besuch er stellt. Ich denke, dass er auch sehr gut ist, dass er seine Beziehung wird. Er ist seine Beziehung. Er ist seine Beziehung. Er ist eine 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 Beziehung für die Ukraine. Er ist eine Beziehung. Er ist die Frage, dass er die Beziehung braucht. Er ist das Beziehung für die Ukraine-Neue. Er ist ein überwunderschön. Und er ist die Frage, wo wir ganz wichtig sind. Er ist eine Beziehung. Wir brauchen von Kanzler Schollz die Wahrnehmung, dass sie die Ukraine unterstützt. Er und seine Regierung müssen selbst für sich selbst entscheiden. Nicht sein Balance zwischen der Ukraine und der Российской Führung. Aber für sich selbst entscheiden, wer in Priorität ist. Wer ist in der Priorität? Weil ich fühle mich, dass der народ Niemczech das gemacht hat, und das die管制, dass es immer schwer ist. Weil es gibt viele verschiedene Anhalte, ich verstehe. Aber ich denke, ich sehr auf diese Anhalte. Niemand liefert Waffen in ähnlich großem Umfang, wie Deutschland das tut, an die Ukraine, sagt der Bundeskanzler. Stimmt das aus Ihrer Sicht? Niemczech, wenn ich ehrlich ehrlich bin, hat es später noch ein paar unsere Säteile. Das ist ein Fakt. Das war nicht nur in der Rhetorik. Das war ein Fakt. Wir haben die erste Stufen, die USA, die Russland, die Russland, die Russland, die Russland, die Russland. Das waren die erste Stufen. Und die Russland, die Russland, die Russland und die Baltische Bundesländer waren. sie waren, in principle, первыми. Und in Europa, in Europa, und Niemczech, und Francia, sie waren etwas später. Und das ist die Wahrheit. Sie unterstützt die Ukraine. Sie haben sofort gesagt, dass es eine Veränderung von Souveränität ist. Sie sind politisch. Aber wir brauchen dann nicht die Politik, sondern die Hilfe. Und dann sind andere Länder. Und, Gott sei Dank, dass sie mitbekommen sind und sie helfen. Ich bin jetzt nicht bereit zu retten, die Sie sagen, die Sie sagen. Ich bin nicht sicher in diesen Zahlen. Jetzt hat die Ukraine aktuell an der Front sehr hohe Verluste. Mich würde interessieren, wie Sie diese sehr, sehr schwierige Entscheidung treffen. Sie könnten ja auch sagen, wir ziehen die Front ein wenig zurück. Dann müssten Sie möglicherweise Gebiete abtreten. Auf der anderen Seite könnten Sie vielleicht Verluste ein wenig vermeiden. Ist das etwas, was in Ihrem Kopf jede Nacht, jeden Tag abgewogen werden muss? Oder wie gehen Sie damit um? Ja, Sie haben etwas zu schmerzen. Ich habe gesagt, dass Sie sich zu sehen, wie ich alles verändern kann. Also, ich werde Ihnen das Frage stellen. Ich werde das Frage stellen und in dieser Frage stellen. Ich habe keine Gedanken, dass wir правильно machen. Und genau das wichtigste, was es ist, die vorhanden sind, die vorhanden und vorhanden sind sind. Es muss einfach sein. Man muss einfach dieren. Weil die Zeit ist für dich auf deinem Worte, nicht für uns. Was ist die Wahrheit und die Wahrheit? Das ist, dass wir unsere Lande sind. Das ist unser Land. Das ist unser Land. Das ist unsere Lande. Und das ist, dass wir Menschen verloren haben. Aber wir verlieren wir alles, wenn wir uns in diese Kriege gehen. Das ist wichtig. Und das ist, dass ich nicht schütte, wie zu finden, um ein Balance zu tun, um etwas zu verändern. Wir wissen, was wir machen. Wir haben nicht mehr – noch einmal zu sagen – – kein Worte. Wir sind bereit zu sagen, nur dann, wenn die andere Seite bereit ist, zu Ende die Krieg. Zeit, auf Balački, nicht mehr. Hier ist es so. Präsident Selensky, vielen Dank für das Gespräch hier im ZDF. Vielen Dank. Vielen Dank. Willkommen in Kiew. Und in ein мирes Zeit, bitte. Aber es ist wichtig, dass Sie in Ukraine gekommen sind, jetzt in die Zeit der Krieg. Und es ist sehr wichtig, dass der Kanzler Schulz noch jetzt in die Zeit der Krieg. Vielen Dank. Vielen Dank.